Heute zeige ich dir einen super einfachen, aber extrem effektiven Tipp, wie du deine Spuren in Logic Pro schnell duplizieren kannst. Und ich muss zugeben, dass ich diese Funktion bis gestern selbst nicht gekannt habe, bis es mir ein Kollege gezeigt hat und deswegen möchte ich dir das jetzt nicht vorenthalten. Also schauen wir mal hier rein. Nimm dir mal an, du möchtest einen einzelnen Track zunächst erstmal hier kopieren bzw. duplizieren. Das heißt, du möchtest die Spuren mit seinem komplettem Inhalt duplizieren. Das kannst du hier natürlich jetzt zunächst mal machen, die herkömmliche Methode. Du gehst hier einfach auf den Spur-Duplizieren-Button oder drückst den Tastaturkursbefehl Command-D. Und jetzt hast du das hier zwar kopiert, aber die Region ist hier nicht mit rüber kopiert. Das heißt, du markierst die Region, hältst die Option-Taste gedrückt und ziehst das runter. Aber das dauert natürlich viel zu lang und deswegen gibt es eine viel einfachere Methode, die auch für mehrere Tracks geht. Und dazu markierst du einfach eine oder mehrere Spuren. Ich halte hier mal die Shift-Taste gedrückt. Wichtig ist hierbei, dass du den Spur-Header markierst und nicht nur die Regionen. Und alles, was du jetzt auch wieder machen musst, ist, den Spur-Header anzuklicken, den obersten, Option-Taste gedrückt zu halten und einfach runter zu ziehen. Und siehe da, jetzt hast du alle Spuren hier kopiert, sogar mehrere. Es stimmt die Spur-Beschreibung, die Spur-Header-Beschreibung mitsamt Inhalten. Und du siehst auch hier an der Seite mitsamt den kompletten Sends, die hier bei dem Original dabei sind. Es kann, wie in Logic so oft, so einfach sein. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Hast du das gewusst oder hast du es auch so gemacht, dass du immer erst den Spur-Header kopiert hast und dann den Inhalt, also die Region runter kopiert hast? Oder hast du diesen Trick schon gekannt und warst damit glücklicher als ich? Das würde mich interessieren. Falls du dich für weitere solche Shortcuts interessierst, falls du schneller und effektiver in Logic arbeiten möchtest, dann empfehle ich dir wie immer meine Logic-Workflow-Checklist. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere solche Tipps, wie du Logic für dich individualisieren kannst. Das ist ein PDF, habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir es runterladen. Ich bedanke mich jetzt bei dir ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann.